Und zusammen, ich bin's wieder der Harm und heute spiele ich wieder LS15. Ja, mein Kollege hier, Abdichter, der scheint seinen Job auch gut zu machen. Und dann werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen mit dem Schwader und versuche ein Feld 53 zu finden. Aber ich glaube ja, dass er hier so weiterreist. Was ist hier denn los? Meine ganzen Geräte sind weg. Oh, ihn habe ich auch vergessen. Scheiße. Ich habe gerade meine ganzen Geräte da hier sind weg. Wie kann das denn? Oh, jetzt sind sie da. Was war das denn? Ich war doch gerade hier auf dem Platz. Habt ihr das gesehen? Und die waren nicht da. Oh Mann, ey. Ich hatte sowas früher schon mal und da waren die ganzen Daten verloren. Ich wäre durchgedreht. Hätte ich nur mal von vorne anfangen können. Meine Fresse, ey. So. Ja, und ich möchte jetzt... Genau. Den Schwader und dann wollte ich... Feld... Feld... Andere Richtung. Du... Der hat ja reingehauen. So. Ich habe gesagt, Feld 53. Jetzt muss ich gucken, wo Feld 53 ist. Ich weiß es nun ehrlich gesagt nicht mehr. Ah, das ist ganz da hinten. Was für eine Aussage ist ganz da hinten. Aber ich glaube, ich weiß, wo es ist. So, da können wir hier direkt zur Straße fahren. Hier diese Luftfilterung ist ja, wenn das Luftfilterung ist. Was ich dazu zwinge. So. So, jetzt würde ich hier gucken. Ist das, was da jetzt wächst, ist das die Frucht oder ist das Unkraut? Sieht ja eher aus wie Unkraut, ne? Gesäht habe ich hier ja. Ah, ich glaube jetzt, das ist Unkraut. Hallo. Ja, ja, du mich auch. Das dreht einfach um. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt gleich ablehnt. Ja, hier, jetzt Liter ab beim zweiten Mal seht ihr, sauber, sauber, sauber funktioniert. Jetzt hat er ruhig die Reifen, ne, er hat sie geliebt. Sehr schön. So, äh, 53. Ah, ich bin blöd, ich bin blöd. Ich fahre eben wieder zurück und hole einen anderen Trecker. Hier bei 350, da habe ich einen Gipsen-Kurs. Gibt es da denn auch eine Einfahrt? Ne, ich bin da hinten und bin nicht reingefahren. Wo bin ich hier gestartet? Ich meine doch, dass ich hier gestartet bin, richtig? Hm. 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 1,5, das muss ich mal gucken, warte mal, 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 51. Ne, 51 habe ich keinen Mekus eingefahren. Nein. Tatsächlich nicht. Scheiße. Ja, dann muss ich ja selber. Scheiße. Ich dachte, ich konnte jetzt schön spasern lassen. Ah. Naja, nützt nix. Dann starten wir hier. Hier. Dann. kurz aufzeichnen beginnen. Jetzt fahre ich noch mal etwas vor. So. In Haltepunkt. Ja. Und dann Echsen. Ja. Und dann Echsen. Ja. Schade. Und ich dachte, ich hätte das hier schon aufgezeigt. Aber auch egal. Mal. Äh. Runter mit dem Dingchen. Naja, gut. So. So. Aber auch nicht. Aber auch nicht. Ich habe nichts zu machen. Ich habe nichts mit dem Argument. Ich habe nichts mit dem Argument. Ich habe nichts mit dem Argument. Okay, ich werde hier wo wieder gemäht, ey. Oh ja, wo wieder. Das sind hier auch ja Felder, Felder, Felder. Ja, aber ich glaube, wir müssen doch vorsichtshalber mal die, die eine Silage da abfahren, wa? Sonst könnte es da Probleme geben. Oh, hier, da liegt noch Stroh. Und unser Dings muss aufgefüllt werden. Das ist Feldnummer 99. 99. 99 müssen wir Stroh fressen. Oh, ist auch notiert. Nicht, dass ich das hier vergesse. Ja, und wir müssen coolige Dings auffüllen hier. Ach, machen wir das mal anders hier, das ist ja blöd. Da komme ich ja nie hin. Überblick. Da. Wo bin ich denn im Moment? Ich glaube, hier muss ich hin, ne? Der Trecker steht da hinten. Genau da hinten steht er. Ja, und wie gesagt, wenn ich jetzt hier quer durchs Feld fahre, so wie jetzt, ich glaube, dann gibt es Ärger, oder? So, jetzt müssen wir mal kurz warten. Ich muss jetzt mal im Absteigen. Und ich werde hier mal in den Abfahrerprozess abschalten. Also, jetzt muss ich mal in den Abfahrerprozess abschalten. Ich werde hier mal in den Abfahrerprozess abschalten. Und ich werde hier mal in den Abfahrerprozess abschalten. Und ich werde hier mal in den Abfahrerprozess abschalten. Ja, so meine Schaffen. Und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht haben, was macht haben, was nächstes oder was haben, was ist da gemacht? Da schluckt den nächsten Teil an. Wenn ich wieder LS spiele. Bis dann. Finke. 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 Finke.